Bald ist Advent, bald ziehen sie wieder bei uns übers Land. Die meisten von euch kennen das ja. Krampusse treten bei uns in Passen auf, in Gruppen. Und neben dem Engel und dem Nikolaus, der die guten Kinder belohnt, bestrafen die Krampusse die Bösen und Unartigen, indem sie sie in eine Kraxe sperren oder schlagen. Da will mir das Kind scharf schießen. Wer Böses getan hat, hat also Grund, sich vor ihnen zu fürchten. Ursprünglich leitet sich der Krampus vom wilden Mann-Mythos ab. Ein heidnischer Brauch vom Mann im Wald. Außerhalb der Gemeinschaft und fern von jeder Norm. Ab und zu kommt er aus der Wildnis, um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen.